Ah, Dinger. Snipen kann ich nicht abschneiden. Leute, was leckt er denn so? Oh nein, Eri, komm mal zurück. Nein. Like, comment, sub. Das ist ein Kacke. Ne, das ist wieder am Anfang. Das geht mir doch auf den Sack, ey. Da müsste noch einer mit auf die Rechte sein. Bitte, als Clearer. Ich bin Schunger. Oh nein. Oh, du dann. Gehst du in Ruhe? Das ist das bei der Welt. Och, ne. Das geht so. Irgendwie wird mir schon erschwindelig. Ja, danke, dass du mir das nochmal gezeigt hast. Ey, dein Ernst. Ja. 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 Oh, hey. Oh, hey. Oh, hey. Das ist ein Kacke. Du bist mein Feuer. Die ein deseuer ist, Berlin Wenn I say, I want it that way Genau, also in der Theorie, klaust du ihr den? Wir machen das Schild, ne? Genau, und du kommst dann um uns vor der Explosion Wieso sterbt das denn? Ja, das war ich auch Oh Ähm, außer bitte kommen Gegner Pet Pet Hey, komm ich nicht mehr hoch Geil Geil Oh nice Hallo Hexe, kannst du da bitte rauskommen? Yo, wahrscheinlich, oder? Warum fange ich jetzt den Schlag von Iris oder Shim ab? Das finde ich nicht in Ordnung Weil ich weggesprungen bin Klassiker Da spielt man doch Destiny, oder? Ja Ready? Jo Jetzt dreht wir nicht drüber Ja Jetzt will er verkneifen, Slag Ich will kein Mal über das Schild Wir gucken nach rechts, da kommt was geflogen Wir warten noch Jetzt Rechts, links schauen, gell? Warte mal drauf, dass es mich tötet Oh, clever Ja Ja So was Ja, nur ein fliegend Tag Ja 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 Ja